Da heroben ist alles einfach. Da gibt es nur mich, die Berge und den Schnee. Alles andere wird überflüssig, wie bei Head Light Tech. Durch modernste Materialien wird Gewicht eingespart, der Ski wird super leicht und bringt trotzdem volle Performance auf die Püste. Durch die perfekte Gewichtsverteilung im Ski wird das Einlenken, Drehen und steuern bei jedem Schwung einfacher, weil das Gewicht genau da ist, wo es sein soll, nämlich vorne und hinten im Ski. Dadurch hat man die optimale Kontrolle bei jedem Schwung und den ganzen Tag. Dich, Dich, Dich ... Dich, Dich! Vielen Dank.